So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und wie versprochen, jetzt wieder Abenteuermodus, nachdem das letzte Mal, ja, nicht viel Fortschritt passiert ist, aber ich wusste einfach, es tut mir leid. Gut, gehen wir mal die Aufträge einfach wieder der Reihe nach durch, ne? Kettengreifer, Trimm dich Pfad. Ah ja, das sind die Kettengreifer, die kennen wir jetzt schon, die habe ich schon verstanden. Gibt es die nur in SMW oder gibt es die auch in anderen Sachen? Okay, das ist jetzt in SMW 3, B3. Die sind an sich cool. Und wir haben ja gelernt, Münzen sammeln ist richtig und richtig. Hä? Wait, wie? Okay, die Münze verstehe ich nicht, ich habe doch keinen Wandsprung hier. Ich komme ja da nicht, hä? Die checke ich nicht. Aber gut, egal. Ist ja nur eine Münze, wir müssen ja nicht jede Münze verstehen. Nein, können wir mich da noch ran? Ja, easy. Nois. Mehr Coins bedeutet schnelleres. Ach ne, im Moment. Äh doch, ja, wir müssen ja eh, wir müssen ja Münzen sammeln für die nächsten Abschnitte dann, die ich noch nicht auswählen kann, aber... Genau, weil erst muss der gebaut werden. Wir müssen jetzt vier Sachen erst mal schaffen, dass der gebaut wird. Okay. Schuhe. Alles klar. Kennen wir auch schon. Also wie die funktionieren, meine ich, kennen wir auch schon. Okay. 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 Löscht dich. Löscht dich. Löscht euch alle. Oh Mist. Oh holy. Mit denen kann ich Stampfi machen. Stampfi. Oh, kann ich ihn nicht kaputt machen? Ich dachte, ich kann ihn kaputt machen. Hä? Ach hier. Ne auch nicht. Hä? Wie komme ich da rein? So? Auch nicht. Okay, dann halt nicht. Ach, wait. Geht das nur mit denen? Jetzt sind sie weg, ne? Ja, jetzt sind sie weg. Egal. Wahrscheinlich wird es nur mit den anderen gegangen, mit den anderen Schuhen. Was tue ich denn? Um Gottes Willen. Ja, die gehen hier nicht kaputt. Okay, verstanden. Dafür braucht man die anderen. Der macht dafür die Dinger zur Seite und der andere macht die so hoch. Ja, okay, alles klar. Ist fair. Nice. Sehr schön. Das Haus der vielen Schlüssel. Vier Schlüssel. Na dann, los geht's. Machen wir doch einfach das hier. Das geht wahrscheinlich hier nicht, ne? Warum sollte das auch gehen? Ich brauche einen P-Switch. Oh. Das war nicht, was ich wollte. Huch. Oh, gut. Dann kommt der direkt wieder raus. Das ist ja frech. Nein. What? Okay, der kommt schnell. Okay. Okay. Es ist egal, welche Challenge man macht. Man braucht am Ende vier Schlüssel. Egal. Also man hat die Wahl zwischen mehreren Challenges. Sehe ich das richtig gerade? Wait, das war falsch. Hä? Wie soll... Hä? Ah, verstanden. Verstanden. Oh yeah. Was? 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 What? Nee. Nein. Oh Gott, kann ich das wieder löschen? Hallo? Ah. Okay, verstanden. Das geht aber nur hier. Das konnte ich in anderen Sachen jetzt nicht. Aber das ist ja Cheating hier. Das machen wir nicht. Nein, oh, ich bin... Oh, ich bin so schlecht. Das gibt es doch nicht. Achso, hier ist dann direkt... ...die erste Tür. Und dann müsste jetzt die nächste Tür kommen. Ja, verstanden. Und der Pau ist aber jetzt schon weg, ne? Der ist... Der kommt nicht wieder. Doch, der wie... Okay, das Zeug ist jetzt wieder da. Gut. Weil den muss ich in die Manscherröhre mit reinnehmen. Das habe ich jetzt schon gecheckt. Und dann schmeiße ich den da oben. Gegen die... Achso. Gut, wäre egal gewesen, wo ich den hier gegenschmeiße. Auch in Ordnung. Kann ich mehrere Schlüssel auf einmal Schlüssel... Äh, ne... Schlüssel mitnehmen? Ah, hier brauche ich bestimmt das Springboard, ne? Ah. Ja, na klar. Kann man hier Double-Grabben? Easy. Sowas gibt's bestimmt nicht in Double-Grabben, ne? Warum sollte es sowas geben? Okay. Ich kann's halt nicht mal auf den drauflegen. Allein dadurch geht's schon nicht. Okay, das sieht aus, wie wenn ich was da für den P-Switch brauche. Ja, Mensch. Da ist ja sick. Easy. So, dann haben wir die drei zusammen. Müssen wir die anderen gar nicht mehr holen, ne? Ist auch in Ordnung. Ach komm, den holen wir zwar zur Sicherheit noch. So. Und dann tschüss. 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 Und wieso gibt's jetzt hier nochmal ne Extraröhre? Aha. Verstehe. Für die anderen Schlüssel könnte man sich noch wünschen. Alles klar. Muss nicht sein. Okay. Nummer drei. Bild ist gewippt. Ah, da kommen jetzt diese... Ja, verstehe. Haben wir auch schon gesehen. Die VIP-Plattformen. Die VIP-Plattformen. Ist das... Ja, das ist ein New Super Mario-Dings. Und da kann ich jetzt also auch nochmal nachschauen, was ich alles habe. Und dann würde ich hier feststellen, dass es auch einen Wandsprung gibt, ne? Ja. Irgendwo müsste es stehen. Okay, der zwei, drei Sprung geht nur beim Rennen. Deswegen ging das manchmal nicht. Ja, da ist aber ein Sprung. Ah ja. Okay, das ist dann wieder... Ja, okay. Alles klar. Wo kommst du her? Ach so. Das geht noch da. Oh, cool. Weil die Leben hier ja relativ irrelevant sind. Oh, man rutscht nicht auf den Dingern. Okay. Wait, da komm ich doch bestimmt rein. Sag ich doch. Oh mein Gott. Ach so. Ah, verstanden. Yes. Und so wie die selber das einsammeln, hätte ich vorhin ne Shell einfach dagegen die Münze werfen müssen, die in der Luft war, in dem einen Level, weil die das ja selber auch einsammeln. Verstehen sie? Ja, natürlich verstehen sie. Das ist natürlich gefährlich, wenn hier unten kein Boden wäre, aber... Lull. Nintendo macht so einen Quatsch nicht. Lull. Ah, das wollte ich nicht, aber ich wollte dahinter. Nein, ich will dahinter, da ist was. Sehe ich bis hier. Ich will nur nicht abspringen. Oh Mist. Oh no. Oh no. Das geht schief. Nein, geht's nicht. Holy moly. Nice. Okay. Sehr schön. Das war Nummer 4, also können wir jetzt wieder Geld ausgeben. Hauptgebäude ist fertig. Hup, hup. Also Erdgeschoss ist fertig. So rum. So. Toll. Ja. Da, wo ich es mir le... Ah, ernsthaft? Ah, ist das gemein. Hat der Hund eigentlich wieder was aktuell? Nein. Ah, gut. Oben ist oben. Up ist down. Da müsste jetzt natürlich das Fluch der Karibik-Themen laufen. Leider haben wir das nicht in der Musikbasis drin. Da, 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 da Ah, jetzt musst du nach oben drücken, um zu rutschen. Okay. Hey, wieso kann ich mir den nicht aufsetzen? Geht das bei SMB3 nicht? Ach, ich habe die falsche Richtung. Wait, da gehe ich nicht rein jetzt. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur rückwärts. So rum funktioniert das. Nois. Komm mal her. Wie setze ich den auf? Hä? 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 Oder muss der andersrum sein? Hä? Ich setze ihn einfach nicht auf. Ah, warte. Vielleicht so rum jetzt. Hä? Welche Taste steht da? Bin ich dumm? Ist es nicht einfach L runter mit Panzer in der Hand? Oder was ist das? Das ist der Stick, ne? Mit Panzer in der Hand. Muss ich das halten einfach? Guck mal, hier ist er das gleiche. Käferpanzer, Stachypanzer. Müsste doch gehen. Bin ich denn jetzt dumm? Ich drück's. Ich drück's halt eigentlich, glaub ich. Ich drück's halt eigentlich, glaub ich. Dacht ich. Aber er macht's halt nicht. Hä? Hä? Was mach ich falsch? Hm. Ja, tschüss. Was mach ich denn da falsch? Oh, da hätt ich den Stachy gebraucht. Hm, 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 hm. Nein, wollte ich nicht. Nein! Das war ja richtig dumm. Aber wieso kann ich hier nicht aufsetzen? Bin ich bekloppt? Vielleicht geht es in der Stage nicht, keine Ahnung. Jetzt bin ich verwirrt wegen dem Panzer. Wow. Ach, Alter. Kann man das ja ausmachen. Ich habe da vorne was vergessen. Oh. Hey, es geht einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie falsch machen. Vielleicht sind es andere Stachypanzer, mit denen geht es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, wait. So geht das. Ich wollte ja nicht die Hand, aber dann halt nicht. Das ist wohl nur noch für Münzen. Egal, dann lassen wir das Level jetzt Level sein. Da ist ja wahrscheinlich noch einige Münzen dahinter oder so. So, wir brauchen 1200, ne? Oh je. Schöner Wohnen mit Knochen trocken. Wie hieß die bei RTL? Einsatz in Viertine Wittler. Hä? Gleich damit auf der Lava oder was? Oh, schießt so ein Boot. Äh, okay. Das ist ja sick. Das ist ja sick. Das ist nicht so gut jetzt. Ähm, kriege ich das nochmal? Nee, das kann ich mir jetzt nicht holen. Ich kann mir das jetzt alles nicht holen. Aber wenn ich jetzt hier getroffen hätte, ist ja vorbei. Okay. Ah, unten wäre mein Münzen gewesen. Ah. Oha. Oha. Oh, okay. So geht's auch. Tschüss. Jetzt haben wir 1200. Ja, let's go. Oha. Wieder vier Stück. Mir geht aktuell nicht, ne? Ja, ich muss erst das fertig haben, damit die anderen gebaut werden können. Verstehe. Ja, hab ich verstanden. Der hat neue Aufträge, der Hund nicht. Okay, wahrscheinlich muss ich erst den einen Auftrag vom Hund schaffen, dass der neue Aufträge hat, oder? Wo ist denn der Doku-Hund-Auftrag? Da ist er. Evakuierung im Panzer. Erreicht das Ziel? Okay, das ist das, was wir gerade eben kriegen. Kriegen wir hin. Darf man also nicht verlieren. Ah, jetzt hat's funktioniert mit Aufsätzen. Interessant. Also, der fährt bis ganz hoch, das heißt, ich muss immer auch bis ganz rüber kommen. Sonst funktioniert's nicht. Yo. Alles klar, ne? Oh Gott. Wait, dann geh ich lieber hier rum. Oh, das war knapp. Nein! Verdammt. Okay. Nein! Oh, ich dachte gerade schon. Okay. Ah, nein, das war da drüben. Ist es denn nicht schneller? Ach, Alter! Kann man das echt nicht ausstellen? Nein. Gott, ist das nervig. Ich bin dreimal tot und schon kriegt man hier, äh... Hey, bist du so blöd zum Spiel? Hier, nimm ein Item. Garantiert nicht. Wie seh' ich denn aus, bitteschön. Wie seh' ich denn aus, bitteschön? Frechheit. Okay, wenn man weiß, wo man hin muss, sieht die ganze Sache schon anders aus. Gut. Ach ja, jetzt kommt der Quartier. Da gehen wir wieder gleich hinten rum. Da muss ich bei dem da drüben echt aufpassen. Habe ich die Zeit, da zu warten? Ja, gerade so. Okay, rüber. Die 30 Münzen interessieren mich nicht. Und da ist das Ziel. Nice. Was haben wir jetzt geschafft, ja? Oder kommt noch was? Nein, nice. Oh, yes. Huh. Hat jetzt Turin vielleicht was Neues? Oh. Hat er. Oder gibt's ein T-Shirt? Die Kettenhunde sind los. Aber vier Sterne? Was? Ohne zu springen? Ohne den Boden zu berühren, nachdem du ihn einmal verla... Was? Okay. Oh, Mama. Was? Bist du... Bist du bei Trost? Oh Mist. Da muss ich in der Mitte stehen. Äh, Alter, was? Oh Gott, weg hier. Okay, was? Ich hab Fragen. Alles klar. Äh... Tschüss. Nein! Da war kein Checkpoint, ne? Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh... Nein! Oh... Nein! Nein! Oh... Kann ich nicht einfach an dem vorbeikommen? Nein, komm ich nicht. Nee. Nee. Komm ich halt einfach safe nicht. Gott! Guckt er hier wieder an? Okay, einfach durch. Okay, einfach durch. Jetzt einfach nicht durchrennen, sondern gucken. Okay. 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 Mach dich mal da hoch. Dankeschön. Okay. Okay. Okay, alles klar. Okay. Okay, alles klar. Das war alles. Okay. Dann geht's hier weiter. Aber es sind auch nicht mehr noch... Nicht mehr viele hier, ne? Ach so. Ja, moin. Ups. Da hab ich vielleicht was übersehen. So. Gucken wir mal, wie wir hier zurechtkommen. Nice. Ah, das war nicht so nice. Äh... Ach so. Ich dachte schon. Yay. So. Also nach dem Level hören wir dann aber auf. Ich bin müde. Merkt man vielleicht so ein bisschen an meinem Kommentarstil. Ich bin... Ich schlaf grad zu halb ein. Äh... Deswegen, wie gesagt, hören wir nach dem Level dann auch. Oh no. Oh no. Hören wir nach dem Level auch auf. Hey. ... Yay. Eigentlich okay. Dann halt nicht. Eee. Beziehungsweise, wir können noch gucken, wie viel die nächsten Sachen kosten. Können wir nicht. Ist noch nicht ganz fertig. Okay, dann aber hier, danke fürs Zuschauen und tschüss.